Aber so, gibt es noch ein paar Highlights für euch. Schauen wir mal, ob das Video nicht allzu lang wird, weil der Tag schon richtig lang war. Los geht's! Und, wir haben bereits einen 100% Krabi verpasst. Das war echt leidend. Go, go! 100% Krabi works, Benni. Wie krieg ich das so gemacht? Oh mein Gott. Gib Gas, Milusch. Es ist nur ein Krabi works. Wegen Benni erwischen wir es vielleicht nicht mehr, weil wir den nächsten abholen mussten. Sorry. So. Wir haben es noch geschafft. Sogar easy, 6 Minuten noch. Milusch sein komisches Navi hat 25 Minuten angegeben, aber wir haben es in 10 oder so geschafft. Schauen wir mal. Ich bin auch ernst auf Krieg lang kein 100% mehr gehabt. Ich bin auf 100% Entzug. Mein Gott, ich habe es nicht. Das ist das Bukop Plus. Ich bin auf dem Boot. Oh mein Gott. Das Bukop Plus will es zu fahren. 795. Gefährlich. Gefährlich. Vor allem bei der V-Rate. Wieso hat's hier? Das ist kein gutes Zeichen für mich. Was ist immer noch nicht? Ich hab noch nicht geworfen. Erster Ball, sogar Superball war drin. Mein zweiter Account hat fast keine items richtig gelassen. Wenn du mit dem iPad unterwegs zu spielst, ist das ein bisschen... Okay, jetzt Dark Defense. Ja, aber das ist mega geil. Mega geil, muss man regieren mit Anspruch. Ja, klar. Nächster Stop, Lavi Top. Hast du wieder geklickert jetzt? Nee, ich kann uns gerade erzählen, dass er es in der letzten Woche gemacht hat. Ja, ist es ja. Sie haben ja eh schon eine guten Pärszeit, ne? Ja, ja. Die sind ja immer grün. Aber wenn du mal eins siehst, ist es eh so. Oh mein Gott. Ach, hab ich ne Box? Ja. Scheiße. Passt das? Ich hab's, ja. Okay, so. Es gibt eine Galaxo. Relativ weit am Arsch der Welt. Aber 1 Stunden Spawn. Fabi hat gesagt, den kriegen wir sicher 100%. Und wenn wir ihn nicht kriegen, dann zeigt er den Tank für die nächsten 10 Scanner-Touren. Für die nächsten 10 Scanner-Touren, auf denen ich dabei bin. Auf denen er dabei ist, natürlich. Ich nehme mich dann an, kann er mehr teil, ne? Ja, das ist der Haken. Clever, clever. So, kurze Polizeikontrolle. Aber das hält mich nicht davon ab, das Galaxo zu holen. Äh, mir ist grad eingefallen, ich weiß gar nicht wo das ist. Jungs, wo ist das eigentlich? Wo? Wo ist das eigentlich? Wo? Wo ist das eigentlich? Ihr seht, Milo schleidet. Aber er müsste es auch so bekommen, also wenn die keine Faxen machen und das nicht zu lang dauert. Und ich muss erstmal den Screen Recorder anmachen. Wenn die kommt, mit allen Handys. Ich hab noch nie mal mein Handy in der Hand. So sieht's aus. Und ich hab wieder vergessen den Screen Recorder anzumachen. Okay, jetzt. Da hinten beim Park oder was? Ja. Schon ein Stückchen. Ja, deswegen machen wir uns mal on the way. Ja, auf geht's. Wir sehen uns dann beim Galaxo. Wir sind grad voll außen rum gegangen. Wir hätten einfach hier stehen bleiben können. Das ist sogar ein relativ fettes Galaxo. Das ist über 2,5 glücklich. Ja. Ein echt cooler Spielplatz hier. Und das Galaxo hier. Und ein paar Zuschauer getroffen. Alles. Gott. Oh Gott. So. Ähm. Nein, nein, die kannst du mir geben schon. Eigentlich muss ich nur einmal hier antippen. So, genau. Zu viel Handys, Leute. Weil bei Milo und bei Fabi nur antippen. So. Und die beide fangen. So, ich hab's. So. Nein. Und dann. So, der Account. Passt nicht. Nie hat's recht. Ist wieder rausgekommen. Egal. So, okay. So, wir stehen da vorne. Wir sind echt richtig leidend in den Umweg gegangen. Polizei zum Glück weg. Und ein Slugmann geschlüpft. Wir haben sich gefangen. Wir haben uns noch angetippt. Danke dir. Fett. Hammer. 2,512. Cool. So. Pineapple natürlich. Wieso natürlich? Ja, YOLO, ne? Fabi wird krass. Und. Really strong. Tschüss. Was ist los? Was ist denn? Findest du Polizei? Immer wieder dasselbe, Mann. Oh, das haben sie noch gesagt. Nichts. Die haben halt einfach ihre Arbeit gemacht. Das ist alles okay. Ich fand's halt richtig krass. Ja, weiter geht's, Jungs. So. Zum Gelakso. Kein interessiertes Gelakso. Auf dem Weg zum Labi. Wir wurden schon wieder angehalten von der Polizei. kein kommentar ich stehe es einfach nicht danke, tschau vielleicht schaffen wir es noch das ist einfach das richtig leidendste vor allem die sind hinten eingestiegen ist ja auch falsch ja ich muss da raus oh mein gott echt leidend der Verkehr ist auch noch gegen uns hoffentlich wird er jetzt angehalten ich war jetzt noch rückwitzig raus, ist mir echt wurscht so kurze pause an der Tanke das Lavita haben wir bekommen und ein paar Trattinis dazu der Terra ist gesporen, Janera aber ein bisschen zu weit weg aber es spawnen heute definitiv mehr Sachen verschiedene Sachen nicht nur wie bei den letzten paar Malen Glaxo, Trattini und Lavita heute auch Heiterra, Janera sowas 100% Klamux, also sieht schon mal besser aus oh yes endlich ein großer Spawn ein bisschen Licht ein bisschen Licht, ja, kann ich schauen wir waren auch nicht so weit weg davon endlich mal echt jetzt ich bin nervös das ist nicht so gut wenn ich in die Kamera schreit das ist fester kein Stress so saftig aus keine internetverbindung hast du gefangen mit extra gelbe berge natürlich ein ei natürlich so 15 nana bären probieren wir den spiel viel glück mein gott ist es so schön hat die gelbe berge gemacht so hast du schon nein damit habe ich gerechnet Jetzt fangen wir in die Wügel. Benni ist weg. What the fuck. Ist der jetzt auch weggelaufen, oder was? Scheiße. Sollen wir wieder runterkommen? Ich warte nicht, dass es nicht kommt. Erster Ball. Excellent, by the way. Erster Ball mit Sanana. Vollgas. Oh, der war schlecht. Oh, der war nicht so schlecht. Ich traf keinen Great oder Exo. Ja, Mann, ich hab's. 2.000 Kilo. Ich hab ihn auch. Sehr gut. Noch einen Top-Sort. Damit haben wir die 1.000 geknockt. Erster Ball auch beim zweiten, was geht? Oh, Junge. Schwaben. Kriegen wir? Am Ende sind wir schon gekommen, ne? Ja, wobei. Junge, richtig chillig. Wenn wir stehen bleiben dann eher nicht. So, das war's mit der Tour. Ich muss sagen, möglicherweise die saftigste Tour, die wir bisher hatten. Klar, es gab Touren, da haben wir bessere Sachen, qualitativ besser gefangen, aber saftig im Sinne von effektiv, war das glaube ich echt die saftigste, effektivste Tour bisher. Wir haben echt auf dem Weg zu Spawns ein paar Sachen mitgenommen, also das war echt sehr sehr effektiv. Die Wege, die wir gefahren sind, waren schnell und kurz und direkt. Das Dragoran da, wir waren immer gut gelegen, Dragoran zum Beispiel. Normalerweise ist es immer am Arsch der Welt, man braucht immer echt knapp dahin. Und da haben wir unter 15 Minuten gebraucht, keine Ahnung wo wir genau standen. Und bei dem anderen Mal, da sind wir zu einem, ich weiß nicht mehr genau zu was wir gefahren sind. Und ich glaube in La Vita war's und dann waren wir relativ außen. Aber dann kam nochmal in La Vita, das war auch relativ außen normalerweise, aber relativ nah zu dem Standort wo wir gerade waren. Also echt sehr komisch, sehr effektive Tour. Super saftig, auch endlich mal wieder ein Highlight, Dragoran davor. Es gab einfach echt kein Highlight, dass ich in ein Video packen konnte. Also ich war so verzweifelt, ich hätte schon nichts dagegen gehabt, irgendwie so, wohl Nona oder Ras aufzufangen oder sowas als Highlight fürs Video. Und ich weiß gar nicht, was ich für dieses Video fragen kann. Aber wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen wie es so ab, folgt mir auf Facebook und Instagram. Vergesst nicht, Pokémon ist serious business.